Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gimbel. Ja genau, willkommen zum nächsten Mauticast. Ich kann euch sagen, heute wird es heiß. Zumindest hier draußen ist es brüllend heiß. Zum Glück sitzen wir jetzt angenehm drin, klimatisiert. Hallo Thomas, moin. Moin Eckhardt, na, wie ist es? Schön hier im gekühlten Raum zu sein. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ja, abgesehen davon ist Urlaubssaison. Leon ist noch unterwegs. Ich bin demnächst auch unterwegs. Wir haben es geschafft, jetzt zwischendurch mal schnell eine Folge aufzunehmen. Und wir haben auch tatsächlich wieder eine Menge Futter dabei. Wir sprechen nachher mit dem Thomas Kräher von Mautic. Quatsch, von Aquia. Wie letztes Mal angekündigt, gibt es ja einiges bei Aquia zu berichten. Und ich hatte versucht, jemanden von Aquia dazuzubekommen, der uns Hintergründe erzählen kann. Und es ist tatsächlich mehr Hintergründe geworden als ursprünglich erhofft. Von daher ganz, ganz cooles Interview. Hört euch das an. Super. Da sind ein paar nette Dinge drin. Aber gut, wir werden sehen. Und versprochen ist natürlich nichts. Abgesehen davon, neben tollen neuen Features, ist das Produktteam wahnsinnig aktiv gerade darin, die vielen, vielen, vielen hundert Issues und PRs aus dem GitHub abzuarbeiten. Also all die angefangenen Dinge, die Vorschläge, die Probleme oder so, die sich in den letzten Jahren so aufgehäuft hatten, weil es da klemmte im Zuge von orsatorischen Änderungen. Inzwischen sind die ja alle behoben. Es geht wieder rapide bergauf, beziehungsweise die Liste, das Backlog wird deutlich kürzer und das Team macht einen sehr coolen Job da. Auch das geht natürlich in die 3.1. Logisch. Ja. Ich habe einen Tipp. Und zwar der liebe Josu, der hat einen Installation Guide geschrieben für Mautic 3, der sehr einfach und sehr schön erklärt, wie man zu einer Mautic-Installation kommt. Ja, guter Punkt. Passt auch gut zu Mautic 3 natürlich. Wir haben ja sehr viel Mautic 2-Doku noch draußen und wenig davon ist für Mautic 3 aktualisiert. Und es gibt natürlich schon ein paar Unterschiede, was nicht der Cache ist, woanders, sondern solche Dinge. Und ein paar Dinge, die man nicht mehr berücksichtigen muss, ein paar Dinge, die einfach anders sind. Von daher, Josu baut ja eh immer ganz gute Dokus. Das kann er wirklich toll. Und schön, dass er alles rausgehauen hat. Genau. Ja. Ja. Ich habe auch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge noch. Und zwar sprachen wir ja über die E-Mail-Builder. Mhm. Vor allem über den von Webmechanic. Ja. Der ist jetzt tatsächlich nicht mehr in der Beta, sondern released. Das ist basiert auf Grapes.js und unter der gleichen URL wie letztes Mal in der Show Notes schon, wir schreiben da einfach wieder rein, gibt es jetzt die releasede Version inklusive Doku und allem drum und dran. Cool. Die funktioniert für Mautic 2 und Mautic 3. Von daher, gutes Ding. Achtet aber auf die PHP-Version. Ja. Genau. Und dann hat es mich ein bisschen überrascht, dass von Webmechanic gleich noch was rauskam. Und zwar haben sie in ihrem Blogpost, den ich auch gerne verlinke, gesagt, wir bauen mal noch ein E-Mail-Builder. Wir haben jetzt Erfahrung gemacht mit dem Ding. Okay. Das ist schon ein mega Fortschritt, aber das geht noch besser. Wir trauen uns zu, vom Scratch eine eigene Bilder zu bauen. Okay. Den nennen sie Brick. Ja. Ich weiß nicht, ob dein Name wohl haben will. Oh, wir wollen es nicht hoffen. Aber die haben sich viel vorgenommen. Wir haben auch schon Dinge, die sie zeigen natürlich. Nicht nur, wie sagt man, ein Vaporware. Aber auf der anderen Seite, es wird sicherlich ganz zu Anfang erstmal nur private sein. Das heißt für die Webmechanic Kunden zugänglich. Und der Norman hat mir gesagt, er ist gerade in den Gesprächen, in welcher Form sie das public machen wollen und wann und so. Ich hoffe, dass das in nicht allzu langer Zeit public wird. Wie jeder gute Community-Player das tut. Genau. Ja. Und jetzt habe ich ja gesagt, der jetzt veröffentlichte E-Mail-Builder ist auf Basis von Grapes.js. Noch was ist vom Himmel gefallen, nämlich ein Grapes.js Editor und zwar für Landingpages. Sehr, sehr überraschend. Und lustigerweise halt auf Basis der gleichen Technologie. Ich glaube, die beiden haben auch nichts voneinander gewusst. Der eine halt für E-Mails, der andere für Landingpages. Mal gucken, ob der eine oder andere noch aufgebaut wird oder ob die gemerged werden. Wir werden sehen. Aber es sind natürlich so coole Fortschritte an den richtigen Stellen. Wobei hier ist es tatsächlich erstmal nur eine Ankündigung. Ich verlinke gerne mal auf den Facebook-Artikel, wo der Claudio Grimoldi sagt, das Ding wird er in den nächsten Tagen veröffentlichen. Hat ein Video gezeigt und das sieht alles sehr, sehr schick aus und alle sagen, yay, cool, haben wollen. Ehrlich gesagt ist natürlich der E-Mail-Builder viel wichtiger, weil E-Mail macht einfach jeder. Während Landingpages die allermeisten ja gar nicht in Mautic nutzen, sondern in ihrem WordPress-Typo-3, Drupal oder Joomla der Wahl. Nicht so zu wenig, ob wieder ein Meilenstein zu einem noch besseren Produkt. Also sehr cool. Super. Ja, ich hatte tatsächlich in einem Projekt was festgestellt. Wir haben Mautic integriert und dann lief die Seite tatsächlich auf dem Timeout. Ja, die Mautic-Seite. Ja. Ich habe es mir zeigen lassen, genau. Und also es wirkt sich halt so aus, dass jeder Klick oder viele Klicks einfach sehr langsam sind aufgrund dieses Timeouts. Und die Analyse zeigte, das sind einfach Netzwerkverbindungen, die von der Firewall ins Nirvana geschickt werden. Und der Server gibt dann irgendwann auf und wirft intern einen Fehler und macht dann weiter. Ohne zu viel in die Technik zu gehen. Im Prinzip geht es darum, halt bei deinem Kunden handelt es sich um so einen Security-bewussten Großkunden. Ja, Mann, gut. Ja, genau, genau richtig. Und die haben halt eine sehr dichte Firewall-Konfiguration und die lassen den Mautic-Server nicht raussprechen. Jedenfalls nicht ohne Not. Hat bisher nicht wirklich gestört, aber jetzt mit Mautic 3 passieren da komische Dinge auf einmal. Und wenn man genauer hinschaut, was passiert denn da wirklich? Mautic versucht nach außen eine Verbindung aufzubauen. Das hat es auch vorher schon gegeben. Wenn zum Beispiel Mautic nachschaut, habe ich eine neue Sprachübersetzungsversion. Jetzt gibt es mit Version 3 ja neue Dinge, zum Beispiel den Statistik-Server, stats.mautic.org. Wer den nicht kennt, da könnt ihr mal drauf schauen. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, wie die Versionsverteilungen von Mautic sind oder Plattformen, die verwendet werden und solche Dinge. Da werden andere Dinge auch noch mitgeschrieben, zum Beispiel Fehler im Installationsprozess oder im Upgrade-Prozess oder so weiter. Das hilft halt dem Produktteam zu verstehen, was da draußen passiert. Das Ganze ist komplett anonymisiert natürlich. Da sind nur Tokens dran und es ist nicht zurückverfolgbar. Aber es ist halt eine Kommunikation nach außen, das berühmte Nachhause-Telefonieren. Und ja, gut, das mag die Firewall nicht. Das kann man auch verstehen. Und wie kriege ich das jetzt aufgeräumt? Wie kann ich verhindern, dass bei jedem Klick jetzt erstmal irgendwo ein Timer im Hintergrund passiert? Die Lösung ist, man kann es tatsächlich ausschalten, aber nicht in der Oberfläche, sondern als Konfigurationsparameter im Konfigurations-File, in der Local-PAP. Okay. Und der gute Steno Kusmani hat mich darauf hingewiesen, wie der Parameter heißt. Und es gibt noch einen weiteren in der Art, nämlich den Check nach Updates. Der hat sich auch verändert. Und kannte ich beides so nicht, muss ich zugeben. Und ich habe mir überlegt, wir sollten mal die ganzen Konfigurationsparameter vorher, nachher vergleichen. Also überhaupt erstmal zur Verfügung stellen und dann auch im Vergleich Mautic 2, Mautic 3. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Ist, glaube ich, ganz hilfreich. Da sind ganz, ganz viele Parameter drin. Und die sind alle eigentlich so sprechend, dass man halt auch eine Vorstellung hat, was machen die eigentlich? Und eine ordentliche Local-PAP ist ja dann auch was Mächtiges. Sehr gut. Jo, ein anderes spannendes Gespräch hatte ich letzte Woche mit dem Team von Speedlead. Also Speedlead, die gehören zu Move Elevator, bauen im Endeffekt ein System zur Messe-Lead-Erfassung mit Visitenkarten-Scanner und Qualifizierungsfragebogen. Das heißt also, auf der Messe läuft jemand mit einem iPad rum und macht da tolle Sachen, eine Frahangabe und so weiter. Am Ende ist das halt eine App, eine PWA, die mit einem Server spricht. Gut, das hat soweit noch nichts mit Mautic zu tun. Aber die haben jetzt eine Mautic-Integration, nein, naja, einen Mautic-Import angeflanscht. Und das fand ich ganz nett, wie das gelöst ist. Im Endeffekt geht es halt darum, die Messe-Leads sehr, sehr hochwertig nachzubearbeiten. Also das, was Mautic dann halt kann, dieses Nurturing, kann man halt perfekt auch auf Messe anwenden. Man würde halt denken, dass das eigentlich über ein CRM läuft, so machen das nur die meisten Kunden, beziehungsweise die meisten machen es halt sehr händisch. Hier hat man halt gesagt, okay, wir machen direkt Mautic. Das hat auch zur Folge, dass die Leute, die dieses Speed-Lead nutzen, dann auch direkt zur Mautic hingeführt werden. Denn ein Hub-Spot oder so ist halt hier eben nicht anbindbar direkt. Und umgekehrt kann natürlich jeder, der Mautic hat, dann auch die Vielzahl der CRM-Anbindungen von Mautic sogar nutzen, um die Kontakte in andere Kanäle zu bauen. Okay, man könnte eine Kette so bauen, sagst du. Ja, das ist eine ungewöhnliche Kette, aber okay, vielleicht ein smarter Move von Speed-Lead. Jedenfalls, so, mal wieder eine neue Facette, eine neue Facette, für was man Mautic so nutzen kann. Wer sich das anschauen möchte, findet auch das in den Shownotes. Jupp. Gut, so. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Thema Events kommen, gehen wir jetzt erstmal in das Interview. Ich habe schon gesagt, der Thomas Krähe, der ist Mitarbeiter bei Aquia in Europa, spricht Deutsch. Das Interview haben wir aber trotzdem in Englisch geführt. Und er erzählt uns ein bisschen über ganz, ganz viele Hintergründe zu Mautic bei Aquia, zur Positionierung, zur Strategie, zu den Namen und überhaupt zur Zukunft für Mautic. Von daher, viel Spaß. Ja, hey Thomas, welcome to the show. Yeah, thanks for having me. Welcome. Ja, my pleasure. And I'm very glad we were able to make it today, because I know you're going on vacation, you're somewhere close to the Alps, and I figure you're going climbing or something, is that right? I'm located close to the Alps, but this year we will go in the opposite direction, to the Netherlands. Oh, lovely. Yeah. Yeah. Anyway, vacation is always good, especially these days. Yeah, absolutely. Okay. Yeah, nonetheless, let's talk about Mautic. When we talked last, I mean, we've been in touch for quite a while, and when we talked last about things, then DXP happened. And we had that briefly in our last podcast episode, and I promised to find someone to explain the backgrounds to me. And so I asked you to join us today and tell us a little bit about Mautic versus Campaign Studio. And you offered to explain some backgrounds to me, so I'm very thankful for that. Before we go there, of course, I'd like to let know everybody a little bit of background about yourself. As far as I remember, you started off as an engineer and are now in a mixed position. Is that a fair description? Yes, that's right. So, yeah, I started my career in a digital agency where we delivered all kinds of web projects, all based on open source software. So I was working with, for example, Typo3, Magento, Moodle, Pwik, all the open source tools outside there. And after that agency time, I spent a couple of years at various software vendors, all in the industry of marketing applications like Teradata, Pega systems. Yeah, and since last year, I joined the Acquia team, and my role is I'm a solutions engineer, and in that role, I'm supporting sales from a technical side. And, yeah, well, my responsibility is finding the best solutions for the requirements of our customers and our partners, based on our software, of course. Sounds good. Very good. Yeah, let's talk about customers for a second. Most people know that there was Mordic Inc., and it has been acquired by Acquia last year. And few people really have a clear picture of what Mordic Inc. does or did, and what Acquia does today. I understand you still sell Mordic as a SaaS solution, but can you talk about who your customers are and what they do with Mordic and what size they are and things like that? Sure. So, yeah, I guess the open source version of Mordic is very convenient, for example, for smaller businesses with not that high requirements. But if you're talking to larger businesses or enterprises, they often have quite high requirements also regarding security, performance, scaling, all that kind of stuff. And what we from the Acquia side are offering is we are basically providing Mordic as a software as a service solution. So, we're hosting it in our cloud and, yeah, are optimizing it to be rock solid, to have a rock solid security, to be extremely scalable, and, yeah, basically be enterprise-grade ready. And when we're talking about customers, yeah, just to drop some names, for example, I mean, I'm based in Germany, and we recently got as a new customer, which is quite exciting because they're not that standard type of business as a nonprofit organization. So, they're focusing not on sales, which is a completely different use case, but anyway, quite exciting because they also have a large audience to talk to, and a lot of that young audience is engaging in all kinds of digital channels. I mean, they're just getting started with our solutions, and just onboarding. That's why I cannot tell too much about that case yet. But, for example, another very exciting case that I like talking about is Cox Automotive, based in the U.S. As the name suggests, it's an automotive brand. It's basically a group of car dealers, quite large group, which consists of five brands and approximately 34,000 employees. And what Cox Automotive does with Mordic is they're providing each of their car dealers with their own Mordic instance, which they can use for engaging with their customers. And as you can imagine, these are quite a lot. So, all in all, they're currently holding 12 million contacts in 125 Mordic instances. Oh, my God. Okay, that's where Maestro comes in place, right? Yes. So, this is where our central governance and management layer, Maestro, comes into place. This is where they are managing all their Mordic instances centrally, and where also, for example, the headquarter can pull their aggregated reports across all the instances. So, millions of contacts is bringing Mordic to more demanding situations, let's put it that way. And, of course, that's one track we're following in the open source product to make it easier to support multiple or 20 or 50 million contacts in a single system. And as far as I know, you have multiple installations with millions of contacts in the database, right? Yes, so, this is the other approach into the direction of scaling. So, one approach is to have more contacts in one instance, and the other approach that we follow here with Majestras is just adding more instances. So, this is always a good approach when you have kind of a multi-tenant structure, for example, if you have multiple brands, multiple locations, or something like that. Then it's a good approach to have multiple Mordic instances. Okay, the reason I'm asking is that many people always wonder, just like me, when you look at Mordic Inc. or Macquia's SaaS product today, what are the real differences between the open source flavor and your Mordic thing? And that's without Maestro or anything around it, just the core marketing automation product. Is it still the case that you pretty much run the original core product and just have things on top of that? Or is it like a forked solution or something? I would say, basically, it's mostly the core product. But, of course, we optimized a lot in the underlying platform and infrastructure. So, for example, we can send extremely high volumes of emails. We can send around 10 million emails per hour. Then, of course, we also do a lot of security penetration testing, all that stuff, in order to optimize the whole platform and application for security. But there are also some features in development or already existing. So, for example, when it comes to integrations like CRMs, which we often see, then we also have a couple of proprietary plug-ins and connectors in place to connect, for example, to Salesforce and Microsoft Dynamics or other tools. And we also have some great new things in development. Like, for example, we will have a much improved email builder that will be introduced soon. Oh, you do? Yes. Wow, because there are like two other email builders in the making at the moment in beta or alpha. Maybe you're talking about the same thing here. I would be shocked if there was a parallel development with an Acquia, unless it's a private one and you don't want to make it public. So, to be honest, I'm not so sure what's going on on the open source side. But I can only say that there will be a new builder coming soon in what we call campaign studios or the Acquia modic version. This is currently in development because it's most demanded by many customers. And, yeah. Yeah, let me research about that after the interview. And maybe with the show notes, we can give a little bit of clarity here whether we're talking about the same thing or there is indeed something else in campaign studio. Sure. Oh, funny. Other than that, when I get you right, the strategy is still to say we embrace the open source product. We just do things on the infrastructure level and we do things, of course, in like private plugins, et cetera. That's fair enough. And most people do that. But the core is still the open source product. And whatever you change in the core is also contributed back to the open source branch. When it comes to SaaS, I've been bringing that up a couple of times now, time and again with situations where people need their own code, like their own plugin. Here is a custom integration that we have and we need this as a modic plugin. Please install it for us. And I know that for Drupal, which is, of course, a different animal, CMS is much more custom than an automation system. But is there a way or will there be a way for campaign studio to bring your own code for customers? Is there such a thing? So for campaign studio, it is not planned to go that way. Like we do it on Drupal with that platform approach. So we will really provide it as a software, as a service solution, which is like it is. So you cannot bring custom code into it. However, of course, there will be also the way of suggesting features and going the way through product management and asking us to develop something, which we then, of course, will provide to all customers and not only for one. And, yeah, and of course, you also have the possibilities to use, for example, the API in order to build custom cases and to build, for example, some kind of middleware where it is needed to do. Okay, to use Zapier or something like that for external integration. Right. Yeah, sure. Okay, let's stick with the strategy, open source product versus your own campaign studio. And the campaign studio is now part of the DXP product suite. Can you talk a little bit about long-term and also regarding naming, et cetera? Is the name Mordic officially dropped now by Acquia? Is it just maybe locked down but not available for the open source part? Or what is the situation there strategically? Yeah, sure. So, I mean, we are bundling that whole offering under the name Marketing Cloud where Mordic or let's call it Campaign Studios is one part as the marketing automation suite. Other parts are, for example, the customer data platform or personalization engine for website personalization. I mean, Acquia did a couple of acquisitions last year, three to be precise. There was Cohesion, Mordic, and Agile One. And, of course, we now had to align the whole product names to our product portfolio to make it simple and easy to understand. That's why we are calling Mordic now Campaign Studio, which is more like self-explaining. But the name Mordic will still exist for the open source project. But for our own portfolio, we will go on with the name Campaign Studio. However, it still will remain Mordic from the technology side, from the code. And, yeah, we will just add our own enterprise features and provide it as a software as a service solution. And, of course, when we are talking about developments, there will always be two kinds of developments. So, one is the Mordic core, where we also contribute to and give that back to the community. But then we also have the proprietary features, which we exclusively provide on the Acquia cloud. Sure, sure. Okay, so I said multiple times that I like the separation to make it clear that Mordic is the open source thing and not a propriety product of a company that is Mordic or whatever. So, that makes things much easier. And I do think that the rest also makes a lot of sense. And I like the fact that the product is not merged into a larger code base, but remains an isolated product and UI and you have it. Cool. Well, I'm a bit curious still about the integration of Mordic and the Mordic team, etc., into Acquia on the organizational side. Can you tell us about that, too? And also, what changed in terms of the team? Where is development happening these days and all that? Well, sure. So, of course, after such an acquisition, all kinds of organizational things have to happen. So, for example, the whole Mordic, Inc. team was structured into the Acquia organization. So, for example, the different apartments were aligned, like sales, customer success, marketing, development. So, this is all now part of Acquia and part of the marketing cloud team. And also, of course, a couple of processes have been changed for the engineering team. And also, when we're talking about, for example, the support, of course, the technical experts are also now aligned in our Acquia's structure. And they're part of the support team and can provide not only Drupal support, but Mordic support globally. And, of course, also the development. So, for example, some Drupal core developers may also now contribute code to Mordic. I mean, it's the same technology. Sorry. There's like a first and second level support that was pre-existing in Acquia and that is now enabled to support Mordic or Campaign Studio as well. But beyond that, is it still the same people who are active in developing Mordic or is it that one large team and everybody does a little bit of everything? Well, mostly they are the same people. But, of course, yeah, we have a quite large development team. So, of course, on the one or the other side, there are also other or new people working now on Mordic or on integrations, like, for example, also on the integrations to our other tools. So, for example, to the website personalization, to the customer data platform, I mean, the tools are now talking to each other. So, you can send the data from one tool to the other. For example, run machine learning models on your customer data on the customer data platform and then send it to Mordic in order to use it, to use the audience for an email campaign or stuff like that. So, there's a lot of integration work done right now. Yeah. Let's talk about the machine learning part for a second. I mean, the acquisition of Agile 1 was at first a signal and everybody was wondering, what does it mean? You know, say, okay, there's the CDP, a customer data platform, and Mordic is talking back and forth with that. But will any machine learning features be part of, or integral part of Mordic, aka Campaign Studio? Will that even be something that is going back into the open source product, or will that remain outside of Mordic? Well, so, to our customers, we are mainly talking just about the marketing cloud and are looking for their specific requirements. And then we are evaluating what of our tools that makes the most sense for them. So, for example, if they need to run intelligent machine learning models on their customer data, then probably the CDP is a good choice. But the single tools will more likely remain the same. So, it's not planned that the machine learning capabilities will be also being a part of Mordic, for example, or Campaign Studio. It's more like that, yeah, these tools are speaking to each other. And when we're talking about machine learning, this is quite a tremendous computing effort. So, it demands quite a lot of resources. And this is the reason why we prefer to keep it in our cloud and run it exclusively. This is also where we differentiate ourselves from the open source part. Fair enough. Sure. Tell me again, what is the name of Agile 1 in your suite now? It's just called CDP, Customer Data Platform. Yeah. So, it should be a self-explaining name. So, that's why. Yeah. Yeah. Is there any other things you want to talk about? Any other news you may be able to break today or whatever? Well, I think what probably will be quite exciting is, I mean, Mordic has its limitations. We already talked about it at the beginning. And what we are working on is that on the Campaign Studio, on the Acquia Cloud, we will get rid of the scaling limitations in terms of contacts that can be loaded into one instance by using our customer data platform as the data layer, also for Mordic. So, at the moment, we have limits around three million contacts for Mordic. I mean, this is not a hard limit, but the system will slow down when you put that many contacts in one instance. And we are currently working on changing the data model in the background. So, we are basically relying on the technology of the CDP, which is a snowflake cloud data warehouse technology. And we will completely get rid of any limitations. So, you can basically then load millions of contacts into the system. Okay. That sounds to me like, I don't know whether you're that deep into the technology, but it sounds to me like there will have to be some sort of abstraction layer, maybe doctrine or whatever, that allows everybody to put his or her own data layer underneath Mordic, which obviously has to be a major change in the core product. So, it sounds to me like Mordic 4. I'm really guessing here. But being able to exchange on the infrastructure layer, fair enough, but other things like routing things to the CDP is a fascinating idea. Okay. Sorry for interruption. No worries. Yeah. To be honest, I don't know the details on how we will accomplish it, but I guess you are right probably. We need some kind of abstraction layer, but to be honest, I don't know it yet. Okay. We'll see what the future brings. Yeah. Speaking of the future, not too far in the future, there's going to be a Mordicon in November and live on a computer near you because we have to do it online. Do you have that on your list? Will you see you as a speaker on the virtual stage, maybe? To be honest, I don't know. It could be, but I don't know yet. It's not planned yet, but maybe I will be talking there. I have to align with our marketing, but so far it's not yet planned. Yeah, we don't even have the call for papers out, so no worries, but I'm sure we'll see some good people from Acquia as well as many good people from other parts of the ecosystem. Yeah, and I'd be happy to see you there, too. So, Thomas, thank you so much for your time today. I know you have only a handful of hours left before vacation, so once again, I appreciate your time and appreciate your support from Mordic. And yeah, talk to you soon. Yeah, thanks too. Thanks for having me. And it was a pleasure talking to you. See you soon. Okay, thanks. Bye bye, Thomas. Bye. Ja, das war ja jetzt der Erste, der von Acquia mal bei uns im Interview war. Total schön. Und wir haben bestimmt mehr vor. Wir hatten doch mal jemanden aus Japan und da gab es doch auch die Möglichkeit oder die Idee dazu, Acquia Japan da irgendwie nochmal vielleicht an Bord zu holen. Ja, ja, wir hatten mal das Interview mit dem Katz Ueno. Richtig. Und Katz San hat mit Acquia nichts zu tun, er ist tatsächlich einfach Agentur. Aber in dem gleichen Kontext hatte ich damals schon Kontakt mit Acquia Japan und die hatten auch angeboten, mal zu erzählen, wie es bei denen so läuft. Ich finde halt, es ist halt auch tatsächlich nett zu schauen, was Acquia macht. Die bemühen sich natürlich tendenziell um die ganz großen Kunden und um vielleicht auch ein bisschen spannendere oder um andere Geschichten. Also vielleicht so vor allem bekanntere Namen, das ist ja immer auch recht wertvoll. Von daher da mal zu horchen, wie es bei denen so funktioniert, wie der Markt auch da funktioniert auf dem Niveau, ja, das würde ich tatsächlich gerne mal angehen. Und außerdem müssen wir mal schauen, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass wir den Dries mal einladen, den Dries Butiat, den Gründer von Acquia im Endeffekt und den Erfinder von Drupal. Mit dem spreche ich ohnehin öfter mal im Kontext von der Mautic Community und der würde sicherlich auch jederzeit mal Rede und Antwort stehen. Ich würde halt vorher aber schauen, dass wir ein gutes Thema auch haben, was Sinn macht, mit ihm zu besprechen. Ich will ja wirklich kein Sales-Gespräch führen oder was. Ja. Gut, so, kommen wir zu den Dingen, die in den nächsten Wochen so auf uns zukommen. Und vor allem, wie gesagt, 3.1 kommt auf uns zu und ich hatte schon gesagt, es gibt einen Sprint und zwar am 14. bis 16. August. Das ist gelegt auf den Freitag bis Sonntag, um den Leuten eine Chance zu geben, die während der Arbeit das tun möchten, als auch den Leuten, die nicht während der Arbeit das tun können. Das ist ein kleiner Kompromiss hier. Also 3 Tage Sprint, aber nicht unbedingt 3 Tage mitmachen. Wer vielleicht einen Tag abzwacken kann und unterstützen möchte, der ist immer herzlich willkommen, auch wenn er bisher noch nichts zu tun hatte mit dem Produktteam. da mitzumachen, zum Beispiel sich auf ein einzelnes Thema zu stürzen oder zu unterstützen durch Testen oder durch Testschreiben oder durch sonstige QA. Das Produktteam freut sich total. Also geht auf Slack nach T-Produkt und Produkt, T-Produkt und seid gerne dabei, richtig. Und gerne dabei sein könnt ihr genauso auch beim Mauticon-Team. Mauticon-Team gehört da zum Community-Team. Das ist wieder kompliziert. Also merkt euch T-Community in Slack. Meldet euch gerne, wenn ihr für die Mauticon noch dabei sein wollt als Organisator. Genau. Denn auch da wird es dann kurz nach dem anderen Sprint auch einen Sprint geben, einen eintägigen. Und das ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen und zum handfeste Dinge dann auch bewegen. Bisher ist es so, dass viel Basis-Dinge gemacht wurden. Und in diesem Sprint sollen halt dann auch erste Dinge veröffentlicht werden, die Webseite. Die CFP, also Call for Papers, so heißt es, wird hoffentlich vorher schon rausfallen. Das ist eigentlich schon quasi fertig und es wird ja dann auch langsam Zeit, dass die Vorträge langsam mal eingeleitet werden, die Speaker festgelegt werden. So, das könnte vorher rauskommen, aber ansonsten so Ende August, Anfang September gibt es diesen Sprint. Und ich gehe davon aus, dass dann auch die Mauticon-Webseite live sein wird. Cool. Ja, definitiv. Gut, und cool ist dann auch das Stichwort. Wir wollen jetzt wieder raus in die Wärme. Jawohl. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nee, habe ich nicht. Sehr gut, sind wir schon zwei. Dann haben wir es geschafft für heute. Wir hören uns in alter Frischer wieder. Bei der Folge 17. Dann mit hoffentlich ganz heißen News zu 3.1 und zu vielen schönen anderen Themen. Ja, bleibt uns gewogen. Liked uns, empfehlt uns, abonniert uns. Und vor allem gebt uns Feedback auf den Kanälen, die ihr kennt. Shownotes findet ihr unter mauticast.de slash 16 mit allen Links, die wir eben alle nicht erwähnt haben. Gut, insofern viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.